Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands Worte. Gebet Milliarden und Millionen Mal mein Jesus Barmherzigkeit. Barmherzigkeit mein Jesus. Für jeden Sterbenden. Bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut, dem befleckten Herzen Mariens und mit ihrem Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es. Heilands Worte. Ich brauche Sühneselen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. 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 Amen.